Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechungssamstag. Der Bildbesprechungssamstag, dein Format, das Community-Format hier auf dem Kanal der FF-Fotoschule. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute und hier wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge. Du weißt es, immer am Samstag um 14.30 Uhr, seit über 400 Folgen gibt es hier die Bildbesprechung. Und du bist Teil davon, denn deine Bilder, das sind die, die hier in der Bildbesprechung landen oder landen könnten. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber bei der FF-Fotoschule machen Fotokurse, Fotoworkshops, Fotolive-Webinare und Fotoreisen. Und die Bildbesprechung hier auf dem Kanal ist eine Institution am deutschen YouTube-Fotomarkt, muss man sagen. Wie kannst du dabei sein? Wie können deine Bilder hier in die Bildbesprechung kommen? Relativ einfach. Du schickst einfach ein Bild an bildbesprechung.ff-fotoschule.de. Das sollte mindestens 4K-Auflösung haben. Die Rechte sollten bei dir liegen. Wenn du dir unsicher bist, wie es genau funktioniert, folge der FAQ in der Videobeschreibung. Da ist nochmal alles ganz detailliert beschrieben und dann kannst auch du in den nächsten Wochen, Monaten hier mit einem deiner Bilder mit am Start sein. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Die erste Einsendung von heute, die der Kollege Detlef Booth eingesandt hat, zeigt die Umkleidekabine von Devin. Und ja, was soll ich sagen? Farben, frohes Foto. Also nichts so zu du, was du beigetragen hast. Du hast es abgelichtet. Aber da hat jemand sehr schön Umkleidekabinen lackiert und ja, und dahinter ist irgendwie dieser steinige, felsige Hang. Und obendrauf ja irgendwie auch noch sowas ähnliches wie ein Weg oder eine Aussichtsplattform oder irgend sowas, wo dann der Zaun zugehört. Das ist ja schön parallel fotografiert. Du hast es gut abgeschlossen, das Bild auf beiden Seiten mit jeweils der rosanen Tür und am unten die Kante schön parallel zum Bildrand gesetzt. Das ist alles wunderbar und auch einigermaßen farbenfroh. Ich mag auch, dass ich so der rosa Ton nochmal in dem Hang im Hintergrund widerspiegelt so ein bisschen und der Blauton so ein kleines bisschen im Himmel. Das finde ich alles soweit wunderbar. Dann haben wir hier von Andreas Wörnle ein Foto, was irgendwo an der Westküste gemacht ist und zwar auf der Insel La Reunion. Ich habe keine Ahnung, wo diese Insel ist, aber wahrscheinlich irgendwo an der Westküste Europas, also vielleicht in Frankreich oder sowas. Klingt auch so ein bisschen so. Ja, schönes Sonnenuntergangsfoto, ganz offensichtlich. Im Westen geht die Sonne unter, ihr wisst es. Und das Ganze auch gut ausgerichtet. Ein bisschen unausgewogen gestaltet vielleicht, dadurch, dass du den Horizont so in die Mitte genommen hast. Ich stelle mir die Frage, ob nicht mehr Vordergrund noch besser gewesen wäre, also ein bisschen weiter nach unten schwenken oder sogar mit der Kamera tiefer gehen und dafür auf einen Teil des dunklen Himmels oben verzichten. Das hätte das Bild sicher nicht geschadet. Belichtungszeit finde ich ganz gut. Insgesamt mag ich auch die Lichtreflexe auf den Steinen da sehr. Das sieht alles wirklich gut aus. Das Orange ist vielleicht ein bisschen überdramatisch, auch im Vergleich zu dem Schwarz. Dadurch wirkt das Bild natürlich auch super kontrastreich. Aber es ist vielleicht einen kleinen Ticken drüber, vielleicht ein bisschen noch die Tiefen aufhellen. Aber trotzdem, so oder so, ein schönes Landschaftsfoto. Bernd Otto, der war unterwegs und hat die Makrofotografie betrieben. Und in diesem Fall hat er mitgebracht eine Vierfleck-Segel-Libelle. Woher auch immer man das weiß, dass das hier eine Vierfleck-Segel-Libelle ist. Aber gut gemacht, schöne Freistellung vor dem Hintergrund. Also richtig schön vom Hintergrund freigestellt. Und tatsächlich auch schöne Farbwelt. Gut wie dieser eine Halm dort ist, auf dem dir die Bälle sitzt. Das gefällt mir wirklich sehr. Das hast du gut umgesetzt, gut gelöst. Gutes Makrofoto. Dann haben wir von Christian Nieter aus der BMW-Welt in München diese Einsendung. Und wenn ich eben gesagt habe, bei dem Andreas, dass das zu kontrastreich und zu dunkel ist, dann gilt das hier erst recht an Christian. Das ist super, super dunkel. Und mir ist das zu dunkel. Also ich habe überhaupt nichts gegen harte Kontraste und auch nichts gegen düstere Fotos. Aber den gesamten linken Teil brauche ich dafür nicht. Stellen wir uns mal vor, wir hätten fast ein Quadrat. Das wäre auf dem Scheinwerfer hier links geschnitten. Und dann hätten wir trotzdem im Hintergrund diese hellen Bereiche mit der Person davor. Dann würden wir trotzdem erkennen, dass das ein Auto ist. Wir würden wahrscheinlich nicht erkennen, dass es ein BMW ist. Und ich bin auch so gar nicht sicher, dass es ein BMW ist, weil es sieht aus wie ein Rolls-Royce. Aber wir würden auf alle Fälle erkennen, dass das irgendwo ein altes Auto ist. Wahrscheinlich in einem Gebäude, weil wir trotzdem oben diese drei Spots hätten, die so ein bisschen für Beleuchtung von der Decke sprechen. Und dann würden wir das viel besser erkennen. Das Foto wäre nach wie vor dunkel. Aber uns würde diese sehr dunkle schwarze Fläche auf der linken Seite fehlen, die ich doch einfach zu dominant für dieses Foto finde. Naja, es ist einfach zu viel schwarz, zu wenig zu sehen. Frank Oschetzke hat mit einem Copter diese Aufnahme gemacht. Das entnehme ich dem Dateinamen. Und ja, was mir da auffällt, ist natürlich ein klassisches Phänomen von Drohnen oder Coptern. Also der Horizont ist vermeintlich schräg. Das kann hier aber gerade sein. Das richtet der Gimbal eigentlich gut aus. Vielleicht fällt auch einfach das Gelände nach rechts. Aber was man natürlich sieht, ist, dass sie einfach für Aufnahmen im Dunkeln nicht gemacht sind. Das Foto ist so matschig, dass ich ja fast nicht mal die einzelnen beleuchteten Fenster an den Hochhäusern im Mittelgrund erkennen kann. Aber von allen anderen an Strukturen, ich sag mal, die Bäume, die da unten sind, von denen wollen wir mal gar nicht reden. Das ist alles eine einzige Matsche, ein einziges Gesuppe, nichts vernünftig zu erkennen. Und das ist halt super schade. Ja, also das würde ich einfach nicht einreichen. Also ich verstehe tatsächlich nicht, wie dieses Foto hier landet. Weil, ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach kein gutes Bild, ne? Das einzige, was daran gut ist, ist die Lichtstimmung. So, und zwar die im oberen Drittel. Aber alles andere ist wirklich nüscht. Und jetzt kommen vielleicht noch die, die sagen, ja, das sind tolle Blendensterne. Ja, da unten sehe ich vier ganz gute, vielleicht fünf ganz gute Blendensterne. Und einen, der unten am Rand angeschnitten ist, der auch schon an keiner guten Stelle ist. Aber machen wir uns da nichts vor. Alles rundherum um die Blendensterne ist so ein Gesuppe und Gematsche aufgrund der Weichzeichnung. Weil das eben sehr dunkel ist und dann wahrscheinlich die interne Software der DJI da so dran rumgedreht hat, dass es eben gar kein gutes Foto ist. Gar kein gutes Foto. Und Bildschärfe ist nicht das Wichtigste. Aber ein einziger Matsch ist eben auch keine Lösung. Das, was jetzt folgt, das ist knallharte Werbung. Knallharte Werbung für Fotoreisen, die mir selber ganz besonders am Herzen liegen. Und da gibt es ganz, ganz viele. Aber ich möchte dich heute auf eine hinweisen. Und zwar ist es meine Fotoreise nach Georgien. Im Prinzip müssen wir sagen, das ist meine Fotoreise nach Georgien. Wir machen ja zwei verschiedene jedes Jahr. Wir fahren einmal im Sommer nach Tuscheti. Das ist so eine Mischung aus ein bisschen Lost Place vorab. Dann ein bisschen was in Tiflis. So insbesondere Architektur in Tiflis. Und dann fahren wir nach Tuscheti, in diese Bergdörfer, die nur im Sommer bewohnt sind, wo die Bevölkerung völlig abgeschlossen mit ihren Viehherden lebt. Und wir sind Teil der gesamten Community in Tuscheti. Das würde mich sehr freuen, wenn ich das interessieren würde. Und dann gibt es immer im September unsere Georgien-Rundreise. Da haben wir auch dieses Jahr noch Plätze frei. Das heißt, wenn du sagst, Mensch, ich hätte richtig Bock, mit nach Georgien zu fahren, informiere dich an der Infocard, die hier oben eingeblendet ist, oder in der Videobeschreibung. Oder du gehst einfach auf frffotoschule.de, klickst da auf Fotoreisen und wählst Georgien aus. Und da findest du alle Details. Und wenn du Fragen hast, schick mir einfach eine Mail an frank.bestefotoschule.de. Ich freue mich jedenfalls auf dich und auf Georgien, denn ich brenne für dieses Reiseland und ich möchte es dir da draußen näher bringen. Karin Strobel hat Papageitaucher fotografiert und die übliche Werbeeinblendung, wenn du das mit mir machen möchtest, Papageitaucher fotografieren auf den Westmännerinseln in Island. Island, dann denk doch mal über die Reise im August, Abenteuer Island nach. Die ist für 2023 seit ewigen Zeiten ausgebucht, aber für 2024 frei und wir fahren auch 2025. Und wenn du diese Bildbeschreibung 2027 siehst, fahren wir wahrscheinlich auch wieder im August nach Island. Das ist halt eins unserer Standardreiseziele im August. Und da gibt es quasi eine Art Papageitaucher-Garantie. Ich muss dazu sagen, das ist Natur, da kann immer irgendwas sein, dass es nicht so ist, aber die Wahrheit ist. Also da müssen schon ganz viele komische Dinge zusammenkommen, dass da im August die Papageitaucher nicht auf den Westmännerinseln sind. Also so, hier Papageitaucher, der schläft so ein bisschen, muss man sagen, dafür, dass du das fotografiert hast mit, lass ich gucken, 300 Millimeter kleinbildäquivalenter Brennweite, also 200 Millimeter an der Fuji, muss man sagen, ist der schon sehr entspannt, weil eigentlich sind die nicht so sehr entspannt. Die sind sehr unruhige Tiere, die permanent gucken und permanent den Kopf von rechts nach links drehen, um zu beobachten, ob da irgendwas ist. Das wirkt sehr entspannt. Der Hintergrund ist mir vielleicht ein kleines bisschen zu scharf und tatsächlich, dass der nun ausgehend vor dem hellen Felsen sitzt, das bringt ihn auch nicht so viel nach vorne. Wenn natürlich der Hintergrund ruhiger wäre, wäre schöner, dann kann man halt an Richtung Küste besser fotografieren, also Richtung Meer statt Richtung Küste oder parallel zur Küste, so wie es hier ganz offensichtlich passiert ist. Das Gras mag ich, ich mag auch die Färbung und so eine leichte Vignette eingefügt, die tut dem ganzen Bild auch relativ gut. Es ist ein okayes Papageitaucher-Foto, aber da ist natürlich sehr viel Potenzial nach oben auch noch. Manfred Bayer-Lehmertz war in Hamburg, das ist ja ganz offensichtlich, und zwar, ich sag mal wie es ist, im Freihafen in der Nähe der, also irgendwo höher gelegen, aber wahrscheinlich, jetzt muss ich mal überlegen, wo das so genau sein könnte. Der Winkel ist so, wir können den Hamburger Michel nicht sehen. Manfred, schreib mir in die Kommentare, wo du das fotografiert hast, von wo. Das ist, glaube ich, kein Drohnenfoto, nein, das ist ein Foto mit einer Z7II gemacht, also mit einer Kamera. Stehst du ja so ein bisschen erhöht. Wir sehen im Vordergrund im Prinzip Industrie und Lagerflächen, Lagerflächen, dann sehen wir so ein bisschen was von Werften wahrscheinlich, weil da liegen so ein paar Marineschiffe an Kaimauern und auch irgendein Containerschiff. Und dahinter sieht es aus wie vielleicht so eine Art Yacht auch noch, kann ich nicht ganz genau sagen. Und dann im Hintergrund die Elbphilharmonie zusammen mit der Keviderspitze und der Hafencity und so weiter und dann Richtung Innenstadt reingeguckt. Die Munzburg liegt sehr weit links der Elbphilharmonie, deswegen ist das, was ich zuerst dachte, dass es so von wo es fotografiert ist. Das kann es nicht sein. Also wir sind auf alle Fälle noch ziemlich am Anfang Richtung Vettel, sage ich jetzt mal ganz offen. Und da würde mich einfach interessieren, wo du da gestanden hast. Wahrscheinlich auf irgendeinem Haus, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Das sind 85 mm fotografiert. Durch die 85 mm haben wir schon so ein bisschen eine Verdichtung. Das rückt alles so ein bisschen zusammen. Das gefällt mir. Der Himmel ist ganz gut rausgearbeitet. Ja, ist auch viel zu entdecken für mich so als Hamburger. Für andere, bei anderen Fotos würde ich wahrscheinlich sagen, ist eine ganze Menge Chaos drauf. Das empfinde ich auch tatsächlich so. Wenn man rechts das Ganze abgeschnitten hätte, also bis zu dem türkisgrünem Kran, da so in der Richtung, dann würde ja hier im Vordergrund schon mal dieser kleine Kranaufbau auf dem Anleger hier wegfallen. Dann würde das Bild unheimlich beruhigt werden, was die Skyline betrifft, weil das Gewusel auf der rechten Seite weg wäre. Ja, das würde dem Foto sich auch nicht schaden. Das ist aber eine ganz gute Hamburg-Ansicht, finde ich. Und wie gesagt, mich würde interessieren, wo das fotografiert wurde. Dann haben wir von Marc Besten am Phönigsee in Dortmund ein gemachtes Foto eingesandt bekommen. Da führt hier ganz offensichtlich so eine zweispurige, sage ich mal, Treppe nach oben. Und das ist einen sehr dramatischen Himmel. Und warum da überhaupt am See so eine Treppe nach oben führt, schließe ich mir hinten und vorne nicht. Und ich war auch noch nie da. Und ich glaube, das ist auch das erste Foto, was ich davon sehe. Ist aber trotzdem interessant fotografiert, weil du hier diese Unschärfe hast von diesem... Das ist ja gar kein Geländer, weil wir sehen hier oben, wo die Personen gehen, dass es nicht so besonders hoch ist, dieser Mittelsteg zwischen den Treppenstufen. Aber der ist halt sehr schön unscharf. Und die Treppenstufen dahinter sind aber schon fast an der schärfen Ebene, was dem Foto unheimlich gut tut. Dazu ist die Stadt weiß und man dann ganz schön. Es ist ganz gut getrennt. Die beiden Personen nach oben passen auch sehr gut ins Bild. Die Wolken sind vielleicht ein bisschen überdramatisch rausgearbeitet. Aber insgesamt einfach, muss man so sagen, ein ganz gutes Foto. Und das letzte für heute stammt von Max Studer. Der hat hier so Kätzchen, also wahrscheinlich sind das Weidenkätzchen, fotografiert und das Ganze bei Frost. Und das ist auch sehr schön freigestellt von dem Hintergrund. Und wir können sehr schön die Eiskristalle sehen, die sich an diesen kleinen Härchen anhaften, was ja irgendwie auch geil ist. Diese Kätzchen haben sowieso schon diese kleinen Härchen. Und dann haften da noch diese sehr filigranen Eiskristalle ran. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das ist klasse umgesetzt und wirklich eine richtig gute Lösung, wie ich finde. Dazu dieser sehr homogene Hintergrund, der auch richtig, richtig gut aussieht. Also da gibt es nun gar nichts. Auch die Farbwelt ist eine gute. Also da darf man nicht vergessen, dieses Rötliche in Kombination mit dem Grünlichen und Bräunlichen im Hintergrund, das mag ich auch sehr. Ja, gute Freistellung. Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob ich hier sehen kann, wo das Foto fiert ist. Mit 200 mm, 300 mm Kleinbild-Äquivalent mit einem EFS 55 bis 210, wenn ich das richtig sehe. Und das ist halt einfach gut, dass man mit so einem relativen Standard-Zoom, mit so einem Kit-Zoom-Objektiv, mit so einem Kit-Tele-Zoom-Objektiv so ein Foto machen kann. Das sollte den ein oder anderen mal stärken. Tolles Licht drauf, gute Bildgestaltung, schöner Verlauf von unten links nach oben rechts. Alles richtig gemacht. Vielen Dank, dass du hier zugeschaut hast. Vielen lieben Dank für deine Zuschauer-Reihe. Vielen lieben Dank, dass du den Bildbesprechungs-Samstag hier so fleißig konsumierst. Das ist wirklich mega und macht mich unfassbar stolz. Und dankbar, muss man ganz klar sagen. Denn welches Format kennst du schon bei YouTube, was so viele Folgen hat? Schreib es gerne in die Kommentare, wenn dir da was einfällt. Ansonsten muss man ganz klar sagen, ja, macht mir das nach wie vor Spaß. Ich denke, wir werden uns hier die nächsten Wochen und Monate regelmäßig weiter und wieder sehen. Wie lange das Ganze geht, wer weiß das so genau. Aber wollen wir jetzt noch nicht unken, denn im Moment bin ich voll motiviert und es ist kein Ende in Sicht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig gute Zeit. Geh raus fotografieren, kommentiere gern, welches Foto dir aus der heutigen Folge am besten gefallen hat. Und dann werden wir schöner denken, wir zwei, wir sehen uns wieder.